Ich hab schon einen Bronzer. Dann, dann bist du füße. Und jetzt hast du mehr Bronzer. Weil du wieder den Ding hast und alle bekommst, alter. Ich hab 26 gepingt. Max, machst du jetzt? Machst du? Ich hab einen Elfer. Nö, ich mach gar nichts. Nö, 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 nö. Ich geh jetzt zu. Orange! Nö, ich mach gar nichts. Ich bin ein Oranglischer. Ich bin mein Eisen. Oh, ja, sorry. Ich hab einfach beide bekommen. Ich hab mal diese Arschies mit... Mein, wo baust du dich denn lang? Man baut sich hier lang. Oh. Er hat's auf jeden Fall verstanden. Ja, mach 3-Stack oder so. Einfach durchziehen und versuchen, dann Wett zu bekommen. Reicht schon, reicht schon. Kriegst du die Fallschaden. Und das Wett, du musst die ablenken. Ah, ja. Nicht so hoch, er macht erstmal eins hoch. Ah, ablenken. Ich war auch nicht lieber. Ja. Das ist das Geilste, was ich hier gemacht habe. Da muss halt, da muss halt dieser Smiley. Die sehen, wir ziehen unten durch. Die sehen, wir jumpen. Die machen einfach weiter.